ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde team deathmatch hier auf blenden denn ja dieser damm aus der kampagne ja ich spiele natürlich wieder immer den sturm soldaten mit der ak 12 wir sind hier auch gleich mal am rande von so einem riesenberg gespawnt ok da haben wir auch schon den ersten gegner das war knapp wenn ich mich nicht geduckt hätte verdammt den habe ich wirklich nicht gesehen weil er vor mir die gerät direkt diese büsche waren ok sind wir hier hinten hier unsere teammates von hier auch hier wird geschossen da gucken wir gleich mal nach an die welt ist tot hier hier ist nicht gehen wir mal die leiter hoch war das schneller war cool jetzt immer hier auf dem dach ok da hinten haben wir gleich mehrere geknackt oh scheiße ich bin mal einfach mal hier runter sind wir zumindest nicht mehr so von dem sniper so bedroht da brauche ich den verstärker ok da haben wir ach scheiße da hat es die waffe einfach zu sehr verzogen aber ein skater den gekillt ok so ein blick auf die sicherheitskameras sagt uns dass hinter mir ein teammate ist auf dem dach oh was für ein luxus oh was für eine schande dann habe ich wie kommt der hier hoch ok der war da hier in dem gebäude doch drin vielleicht ist er noch drinnen dann gehe ich auch mal hoch da geht's oder doch hier soll mal gucken ob der immer noch hier oben ist ne das scheint schon wieder runter gerannt zu sein so ein weichei so aha da war doch einer oh scheiße scheiße hier oben sieht man aber auch gar nichts wo kann man sich richtig gut verkämpfen muss ich aufpassen was haben wir sind das ist das ein fernseher oder ein bild es war ein fernseher ich helfe dir ach gott ich will doch nicht will ihm doch keine angst machen ich will ihn doch umbringen nicht um ihn rum schießen ach gott so gehen wir mal hier oben lang ist jetzt immer nur gerade ausgegangen gehen wir mal hier oben nachgucken so hier geht's auch wieder rein hier hinten oder hier oben müssten doch eigentlich die Gegner sein oder hier hinten war ein sniper so verstärker ist da und hier da hinten hockt er in dercke oh scheiße rennen oh das war knapp da ist ich sehe seinen Lauf ach das sind Stahlträger aber hier hinten hockt er noch da ist er doch so den hätten wir oh bist du doof irgendwas hatte irgendwas stimmt doch mit dem nicht und so einen habe ich in meinem Team kein Wunder dass wir verlieren so und wo werde ich hier denn beschossen da war doch ein Sniper da hinten fuck den werde ich wohl nicht kriegen na ich lasse es lieber sonst tötet der mich noch ich würde sagen versuche ich einfach mal näher an den Rand zu kommen warte so habe ich mir gleich noch ein bisschen Leben spendiert so die Minimap sagte dass die Gegner kommen und meine Team jetzt auch nicht in den Augen ich gucke ich gucke noch erst ich gucke lieber noch erstmal nach dem Sniper so rum so der lag ja hier hinten irgendwo da hat nichts außer einen Haufen Blut hinterlassen gut ist so eine Satellitenschüssel ok gehen wir mal in die Mitte wenn da offensichtlich keiner ist wo sind denn die alle oh da scheiße da war er ein Italiener ok da ist da da steht er vor mir ach Gott und ich treffe ihn wieder nicht oh ich will doch keine Bäume fällen ich will den Gegner töten ja super jetzt haben wir Holz für den Winter oh da hat mich schon jemand anders geholt oh scheiße da ist er doch nein 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 oh Gott sei Dank oh scheiße ich hätte jetzt wieder erwartet dass ich fäile gehen wir mal hoch wenn es hier hoch geht irgendwo oh ja hier oh ich muss die durch Entschuldigung ist doch einer hinter mir oder nicht ne hier hoch oh was war ein C4 oh nein ich bin hier hoch nein ich bin noch nicht fertig so da hinten haben wir mal einen Gegner hier hinten haben wir gleich zwei Gegner die haben sich alle hier oben vercampt halt der will weg ok aber hier oben ist ja noch ein anderer den schnapp ich mir da ist er doch wieso wollen die alle von mir wegrennen ich tue dir noch gar nichts böses ich tue dir sie doch ganz friedlich krach jetzt können wir uns nämlich hier mal den Häuserkampf angucken hier hören wir doch so ein Spawn-Ding oh ein Bewegungsmelder ich hoffe hier kommt jetzt gleich kein Gegner hoch oh cool hier kann man ja rauskommen ey das sind ja getrönte Scheiben das ist ja geil komm schon jawoll den hätten wir ja wo sind denn hier noch mehr da hinten oder ne das ist nicht hier nicht da unten ah Mist den wollte ich gerade holen los schnappen wir sie uns so den machen wir wieder runter hier oben scheint ja nicht so viel los zu sein aha da haben wir doch schon einen so den hätten wir Medikit ich kann jetzt auch mittlerweile russisch oh scheiße diese Sniperleute da hinten oh nein oh nein Great Britain hier spielen aber auch alle Leute von der ganzen Welt mit okay wo sind die Gegner ne das wollte ich nicht das wollte ich da rechts rum kommt einer was kann man denn hier machen naja ob das viel bringt ich weiß nicht was haben wir denn da okay irgendwie habe ich das mit meinen übernatürlichen Fähigkeiten zerstört so gehen wir mal über die Seite da haben wir doch schon einen hier schmeißt jemand ne Granate oh ich kann auch ne Granate schmeißen siehst du da steht er ah Mist ich hätte nen fast gehabt mit 5% Leben kommt er davon okay die sind alle da oben und in dem Haus da oh scheiße in dem Haus sind sie auch noch da oben den hole ich mir jetzt nein nein oh man und keiner ballert den ab was soll denn das unser ganzes Team ist da oder das was von unserem Team noch übrig ist die ballern den nicht ab komm raus ah Mist muss ich wohl selber nachgucken da hinten war er wieder komm schon ach scheiße oh oh nein die sind ja alle da da sieht man immer nur ein paar so ein, zwei und dann siehst du nachher das ganze Team Mist wegrennen ist nicht wo warst du da steht er doch gut wenn der Freund noch 5 von uns erwischt sind wir geliefert verstanden nicht wenn wir das Spiel noch wenden ab hier rein so hier oben war nämlich noch welche zumindest noch einer oh nein scheiße ah Mist 100 zu 85 haben wir verloren aber wenigstens konnte ich ein paar Punkte holen so zwei Ordens bin da okay 12 zu 11 ist mein Endscore mhm okay vierter Platz im Team okay damit würde ich sagen verabschiede ich mich für diese Runde aus Battlefield 4 ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid bei meinen nächsten Videos wieder mit dabei bis dahin macht's gut euer Trooper 685 morges morges l mhm ja prosper mit mo mhm war hö